Verabschieden wir uns von euch und wir uns von uns. Offiziell von der Mahnwache hier heute Montag, nächsten Montag wieder, wie wir alle wissen und hoffentlich umliegende Menschen auch mitkriegen und wieder erscheinen. Eine Möglichkeit für euch auch. Ja, und wir werden noch ein bisschen hierbleiben, noch ein bisschen Spaß haben, noch ein bisschen Musik hören und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Grüße an alle anderen Mahnwachen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Danke. Grüße an alle anderen Mahnwachen.